hey zusammen willkommen zu mittlerweile 100 ding 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 xyz lp der let's play tanki online sagen mit mir den jungs da und heute auf dem account news da und weil mich das sound gerade richtig anfängt und wo werde ich immer den sound episch runter drehen müssen weil cool und so aber was habe ich vergessen richtig ich bin der host und möchte euch alle umbringen hahaha nein ich bin wirklich nicht host wer auch immer aus sein mag ist mir eigentlich egal aber naja dazu in einem anderen video etwas mehr nein bitte nicht so ich weiß ich weiß es geht schon wieder scheiße los aber naja so den sound machen wir ein bisschen cool alles aktiviert außer angepasste fps naja was soll's speichern wir das mal so waka waka shakalaka punkt komma strich fertig ist deine fotze naja so rum 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 mit döner im null und wikinger im null aber naja was soll's aber ich bring dich um junge ich habe meine donna im null richtig verbessert mit den mikro verbesserungen alles voll mann oh weil ich auch voll die kristalle dafür habe boom mit der headshot bam bitch du kannst mir nicht denn kommen dich mache ich fertig aber richtig von hinten hey junge hallo ist das mammut draufgegangen oder was was macht er denn da oben mit seiner wasp kann doch nicht wahr sein du bis jetzt nicht du mach dich fertig naja ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß der hennus der geht schon wieder ab aber hey der hennus der geht nicht ab er sagt doch nur die na komm her bam headshot killing street running ride kill takula headshot monster kill und alles mögliche hat du kennen holen hast du mich getroffen wieso hält das so viel aus kann doch nicht wahr sein oh mein gott oh mein gott oh mein gott dass jemand mit feier oh mein gott oh mein gott hey ich bin hier naja gut daneben nicht so oh mein gott naja 7.1 passt schon irgendwie new style p lp 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 so ok es wird schon wieder ein bisschen zu übertrieben und ich möchte auch unsere kindheit unsere kindheit unsere kindheit unsere kindheit was für eine kindheit äh naja gut nein unsere kinder von heute nicht versauen mit irgendwelchen sachen das machen schon andere like facebook äh 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 soziales netzwerk das ich nicht lache facebook ist das asozialste netzwerk das ich kennengelernt habe aber naja alles was asoziales gehört getötet so wie hitler den haben sie auch getötet wobei er hat sich selber getötet aber er ist halt ne pussy gewesen ähm ähm burschka boah boah was ist da los ich will bursch essen geh weg äh neustar lp ist schon wieder in the house oder wat ey wer ist neustar lp man ist das irgendein scheiß faker oder wat ey ich kenn nur neustar neustar lp ist der richtige faker oder wat was ist hier los ne neustar ist kein faker ich bin der richtige neustar neustar lp neustar ist der faker was hab ich hier überhaupt gesagt ey jetzt komm nicht mehr mit mit meine hahaha nein ok gut ich hab mich ja gerade nicht verschluckt oder so ich tue halt gerne mal so als ob ich geil wär wobei ich bin immer geil ok das war zweideutig aber naja jedem das was er so für richtig hält was das hat sich scheiße angehört aber naja ähm so ich bin der Todesstern wieso denn auch nicht natürlich bin ich der Todesstern ja der Todesstern anstatt Darth Vader oder so hey ne man Darth Vader ist voll der Noob gewesen ich bin gleich der Todesstern der alle wegfisten wird ach scheiß drauf Planet bam weg ist er ey wann hab ich denn das letzte Mal Star Wars geguckt muss ich irgendwann mal wieder wiederholen wieder wiederholen ne aber ich find Herr der Ringe so geil Herr der Ringe ist einfach best all diejenigen die das nicht verstehen die sagen Herr der Ringe scheiße die gehören geknechtet ja die können sich mal gerne den Ring aber so richtig an ihr kleines Dingeldongelchen ranhängen und dann soll der Gollum das richtig schön abreißen Gott das ist ja eklig naja was solls und dann sollen sie genauso wie Gollum reinfallen die Virendatenbank wurde aktualisiert oh mein Gott die Virendatenbank wurde aktualisiert wow dankeschön Frauenstimme die ich nicht kenne das ist wirklich toll dass die Virendatenbank aktualisiert wurde na und? mir doch egal ich bin voll Gangster man ich brauch kein AV-Programm Alter ich bin so Gangster ich hab mein eigenes richtig Gangster New Star for the Win heißt das oh my god was da los wieso ey die Telekom werd der Telekom werd ich aber richtig gleich den Arsch umdrehen ja fick dich du mich auch so Telekom ihr wollt unbedingt was auf die Fresse? könnt ihr gerne haben verrate niemandem dein Passwort sonst kannst du deinen Panzer für immer verlieren roh 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 na und? ich bin geil ich darf das ich darf alles ja ok ich bin schon wieder laut wobei das war nicht wirklich laut aber hey mich interessiert bringt mich um ähm aua 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 hey ich hab doch Internet was da los muss ich wieder mein Stick mein Stick mein Stick muss ich wieder mein Stick oder was ey ja verbunden äh irgendwie bin ich nicht verbunden aber ich bin verbunden aber dann bin ich auch wieder nicht verbunden also laut Windows oh my god hier gibt es ein Netzwerk das heißt Schlampenstempel ey ich frag mich nur wer vielleicht die Bitch von unten ey kein Scherz das Netzwerk heißt Schlampenstempel oh mein Gott ey ey ich nenn meinen oh geil Schlampenstempel geil anstatt irgendwie sowas zu nehmen wie Fritzbox Alice oder so ey ne man wir nennen's Schlampenstempel oh geil wir heißen dein wir heißen dein Dings ne ich muss mich irgendwie verbinden ne mit deinem Netzwerk und so ne ja such einfach nach Schlampenstempel oh geil Schlampenstempel was ist was 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 oh nein ich will mich nicht verbinden ich will nur gucken ob das verschlüsselt ist äh Sicherheit WPA2 PSK Typ aha ok was hab ich denn hier eigentlich ja auch dasselbe ähm ist alles dasselbe hier du ey wieso sind die alle gesichert Schlampenstempel wie kann man sein Netzwerk nur Schlampenstempel nennen ich ey yo mein Router und so ne Schlampenstempel for the win oder was Schlampenstempel er kommt auf die Idee und nennt das Schlampen jetzt ist es weg ihr könnts eh nicht sehen weil Fritz nur den Bildschirm aufnimmt den ich ähm als Dings hier ne das find ich eigentlich ganz geil aber wieso ist jetzt der Schlampenstempel weg ey ich wollte mich doch mit dem Schlampenstempel noch ein bisschen verbinden ich frag mich doch mal wieso man sein Netzwerk Schlampenstempel nennt aber naja vielleicht ist es ja wirklich die Bitch von unten aber dafür ist die für Verbindungsdings da ein bisschen zu eklig aber naja egal so also hier läuft gar nichts mehr wie es aussieht ist alles tot geil wobei ich hab Internet also so ist es nicht aber naja irgendwie spinnt der Server oder spinne ich oder spinnen wir beide keine Ahnung auf jeden Fall würde ich mal sagen 3 2 1 oder so kennt ihr ja alles schon oder könnt ihr auch gerne mal machen ne also ich sag jetzt einfach mal 3 2 1 und ihr sagt F9 also ihr habt genug Zeit um F9 zu sagen ne also nur mal so als kleine Randinformation ähm aber ansonsten ja 3 2 1 und dann sagt ihr auch irgendwann halt F9 ne oder wenn das Video vorbei ist dann sagt ihr halt F9 und ich sag nur F9 oder ich sag die Website kann nicht ach die Website ist nicht verfügbar sehr interessant was haben wir denn hier als Fehlermeldungen überprüfen überprüfen sie ihre Netz ihre Internetverbindung ähm ja wirklich ich hab kein Internet ich hab kein Internet ähm